Liebe Zuschauer, zum ersten Mal in der Torbank. Offiziell, Frau Riederin. Also, Unterstützung. Er braucht doch die Atmosphäre, aber auch den Spaß. Torin. Was ist denn hier passiert? Sind Sie versichert? Ja. Nach 44 Jahren zum ersten Mal die kaputte Torwand, Frank, das ist Ihr Werk? Was sagen Sie jetzt dazu? Ich glaube, er repariert das. Nein, nein. Sie können schon bleiben, wir müssen dazu sagen, das ist kein Zufall. Das hat sich einer ausgedacht. Und der schickt Ihnen mal kurz einen Gruß rüber. Hallo Frank, hier ist dein Freund Poldy. Ich wollte mich für die ganze Späße an dich revanchieren. Und das mit der Torwart war ich. Und wenn du mal in München zurückkommst, geht es weiter. Ciao. Ich wollte mich für die ganze Zeit.